Ab in die Boa. Ah. Dennis schaut auf Deutschland, er hängt grad in Lit, Schauen ab und guckt auf dich. Klauen herab, dass er schon Schlitz-Augen hat. Ich mein' ehrlich. Pete wollte coole Beats, aber gib dir diesen Scheißdreck, weil du's verdienst. So du pikst ihn und hoffst, dass hier Scheiße dir was klingt. Boah, sei doch mal kreativ, verkleide dich als Kind. Du machst wieder mit, aber leider gibt's nix neues. Und das erklärt sich nicht dadurch, dass du deiner Linie treu bist. Komm schon Basti, nimm jetzt hier Bettler, kleiner Mann. Bettler heißt für dich, du ordnst ein paar Kettenreime an. Und alle paar Likes hast du ne Gegner mit Zutraff, weil du ein bisschen witzig bist, weil dazu jeder ist gut Aber nicht mit mir, denn deine tollen Wortverspielten vielen Texte Sind zwar recht cool, aber auch so vorgeschrieben wie Gesetze Es gibt jemanden, der von dir auch zu DSK aus und schreibst du deine Lines fürs VBT auf Doch du kannst hier gar nichts gewinnen, außer den Punkten Was willst du denn am Splash spielen, VBT? Einfach was, wie du kannst, level time guy Hast du eins, verspendete Zeit, eins, verspendete Zeit Wir klacken, klacken, lauter sein, aber wir sagen einfach nein Ihr wollt uns schweben, doch wir antworten mit Blasen, ja Stefan, immer wenn ich dich sag, was du sehr bekifft, willst so verdrängen, dass du jeden Tag ein Ärsche wischst Im Krankenhaus Und dann kommst du nach Hause und hast eine fette Frau, die weder kochen noch gut aussehen kann Auch wie du mitbetachst, mit der du lebst in der Versiftenwohnung wandern muss Doch jeder dabei mit der Träne in den Spiegel kochen muss ja ehrlich eingesträgt Ein gutes Leben sieht anders aus Du weißt selbst, du hast rein gar nichts Außer der Musik, das wird mir fast schon leid tun, wenn ich dich beim VBT besieg Doch was soll, guck dich mal an, du machst seit 10 Jahren Rap Und erst jetzt, wo du etwas vorspielst, hat dich jemand entdeckt Dabei hast du mir doch zuletzt Erzählt, dass du die Kinderstimme ablegen willst Dann habe ich da drüber mit einem Manager gesprochen Und er sagte mir mit Ernst und Ton, dass er das nicht zuletzt Heißt, du bist in deiner Rolle gefangen Und somit wäre er aus die Chantedale vor das Programm Aber du hast mir mal gesagt, du wurdest früher gemobbt Na, dafür nicht so ein Speicherlicht über den Kopf Alter, was, wie du kannst, da wird ein Geil, hast du eins, verschwendete Zeit Bleib, verschwendete Zeit Klick, klack, klick, will Daufer sein Aber wir sagen einfach nein Und nie wollt uns flicken, doch wir antworten mit Bladen Ich frag mich schon, welche